Was ist beim Hundeeinsatz auf Bewegungsjagden und bei der Nachsuche? Beim Hundeeinsatz auf Bewegungsjagden und bei der Nachsuche wollen wir die bestmögliche Sichtbarkeit und den höchstmöglichen Schlagschutz unserer Hunde erreichen. Hier zeichnet sich die Hundeweste Browning Protect Pro Evo sehr aus. Die Weste ist aufgebaut auf acht Schichten mit Kevlar und Cordura und mit innenliegendem, wärmeregulierendem Innenmaterial. Die Weste hat zusätzlich am Hals Schlaufen für eine GPS-Ortung. Sie hat eine innenliegende Tasche für einen kleinen GPS-Tracker. Sie wird mit einem Klettverschluss verschlossen. Auf der Innenseite, dadurch zeichnet sich die Weste hervorragend aus, sind Reißverschlüsse modular aufgebaut, sodass, wenn während der Jagdsaison der Hund mal an Gewicht abnimmt oder sich verändert, kann man durch Hinzufügen oder durch Herausnehmen von Reißverschlüssen die Weste immer um zwei, zweieinhalb Zentimeter im Brustumfang verändern, sodass sie immer passend ist. Innen hat sie noch eine Klemme, um den Rücken noch etwas besser zu verschließen. Sie hat eine Klemme, um den Rücken zu schlafen, um den Rücken zu schlafen, mit einem hohen Halskragen, sodass der Hals auch bis knapp unter den Fang gut geschützt ist. Hinten hat sie noch überlappenden Keulenschutz, damit auch die Keulen vom Hund geschützt sind.